Sie hören, When You Look At Me, von Kelly Moran, aus dem Amerikanischen von Vanessa Lamatch, gelesen von Christiane Marx, ein Hörbuch des Argon Verlags. Ihr letzter Termin ist hier, Mr. Gaines. Xavier riss den Blick von seinem Monitor los und drückte den Sprechknopf des Telefons auf seinem Schreibtisch, aus dem die blecherne Stimme seiner Sekretärin erklungen war. Bitte schicken Sie sie in fünf Minuten herein. Yes, Sir. In fünf Minuten würde endlich das Treffen stattfinden, auf das er bereits seit der Terminvereinbarung vor einigen Wochen hinfieberte. Im Grunde sogar noch länger, wenn man das letzte Jahr mitzählte, seit er sie auf dieser Wohltätigkeitsgala gesehen hatte. Er hatte auf eine Lücke in ihrem Terminplan warten müssen, bevor sie bereit gewesen war, sich überhaupt mit ihm zu treffen, und dafür hatten seine Angestellten sich mächtig ins Zeug legen müssen. Nervös stand er von seinem Schreibtisch auf und ging zur Fensterwand seines Büros im obersten Stockwerk eines Hochhauses im Bankenviertel von San Francisco. Gaines Industries gehörte zu den vielen Fortune 500-Firmen, die ihren Sitz in den sterilen Wolkenkratzern in dem Gebiet östlich der Corny Street hatten. Die Dämmerung brach gerade herein und tauchte die Bucht in der Ferne durch einen Nebelschleier in pinkes und purpurnes Licht. Anders als in vielen anderen Großstädten, wo der Finanzdistrikt nach Feierabend verwaiste, blieb das historische Bankenviertel von San Francisco lebendig, dank all der Restaurants, Bars, Cafés und Bäckereien hier. Das liebte Xavier am meisten daran, hier zu leben. Geschäft traf Vergnügen. Die Stadt besaß Persönlichkeit. Die fantastische Aussicht half ihm nicht, seine Nerven zu beruhigen. Sein Magen verkrampfte sich vor Anspannung, und da er allein war, rieb er sich den Bauch. Die meisten Menschen hätten niemals vermutet, dass er unter seinem 1000-Dollar-Anzug einfach nur ein Computer-Nerd war, der darum kämpfte, seinen Platz in der Welt zu finden. Seine Angestellten nannten ihn Iceman, und die Medien hatten ihn in die Schublade berechnend und mysteriös gesteckt. Auch wenn seine Firma gut dastand und Millionen abwarf, lief doch nicht alles so reibungslos, wie er es sich vorstellte. Im letzten Quartal hatten die Aktien 5% an Wert verloren. Das Ende seiner kurzen Beziehung mit dem aufstrebenden Model Pamela Squire hatte zudem an seinem Image gekratzt. Vor allem die Dinge, die sie über ihn gesagt hatte. In aller Öffentlichkeit. Das war das Ergebnis, wenn er jemandem auch nur ein bisschen vertraute. Er wurde als kaltherziger Schlipsträger und emotional verkümmert beschrieben. Der rein geschäftlichen Seite seines Lebens war er gewachsen, den sozialen Aspekten nicht so sehr. Und glücklicherweise liefen Wirtschaft und Public Relations immer Hand in Hand. Und genau aus diesem Grund brauchte er Peyton Smoke. Es war immens wichtig, sie davon zu überzeugen, den Job anzunehmen und ihm zu helfen. Besonders, weil nächsten Monat die Verhandlungen über die Regierungsaufträge anstanden. Allein bei dem Gedanken daran, wie viel Medienaufmerksamkeit dieses Geschäft hervorrufen würde, bekamen seine Magengeschwüre Magengeschwüre. »Miss Smoke ist hier, um Sie zu sehen, Mr. Gaines.« Xavier wandte sich vom Fenster ab, um seine Sekretärin anzuschauen. Doch sein Blick glitt einfach über Fern hinweg, zu … ihr. Peyton Smoke war mit den Jahren nur noch schöner geworden. Sie hatten einander seit der Highschool nicht mehr gesehen, ließ man den kurzen Blick außer Acht, den er bei der Gala letztes Jahr auf sie erhascht hatte. Langes, Champagner-blondes Haar fiel bis über ihre Schultern. Das hellblaue Kostüm betonte ihre schlanke Silhouette. Und ihr Outfit war zwar sexy, sagte ihm aber zugleich, dass sie keine halben Sachen machte. Wenn er sich richtig erinnerte – und das tat er, waren die Augen hinter der geschäftsmäßigen, schwarz umrandeten Brille himmelblau. Ihre Haut wirkte immer noch so hell und zart wie damals, mit nur einem Hauch von Pfirsich auf den Wangen. Auf ihren sündhaft roten Lippen lag ein höfliches Lächeln. Eilig so er fürn an. Sündhaft. 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 Vielen Dank.